Hallo Youtube-Mens, kommt am neuen Endlich Wieder-Wieber-Reit-Kleppseln und sage ich euch den Playstation-Slog. So, ja. Wie ihr seht, da könnt ihr nichts sehen. Okay. So, dann gibt es hier oben ein. So, dann gibt es hier oben ein. Nee, du bist hier oben ein. Mein Gott. Es gibt endlich wieder einen Ferrari. Kommt nur ein Leutnant. Also, du Arscher. Da dein größtes 6. Giga ist. Oh. Ich will wissen, was das ist. Ich bin derzeit, es ist mal meine Ernste. Ja. Beschreibung. Ja. Beschreibung. Die Welt ist ein Ferrari. Dieses Spiel möchte ich mich kaufen. Jetzt hab ich euch mal Ruhe. Es fällt zwar laden. Ja. Ich hab's nicht gesehen, aber ja. Ich geh jetzt hier ein. Ich bin der Film großartig zu machen. Ähh. Ich hab's mal hier. Mich mal gemacht. Ich hab's mal. Ich hab's mal gesehen. Ich hab's mal gesehen. Es ist mal nur ein. Wenn du... Oh. avet. Das war's, wir sind jetzt mal bei der Lücke.